ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren paar gott ja wir sind auch hier gut wir stehen wir hier ich habe da oben gespeichert aber kennen wir ja nicht anders ne was haben wir denn hier okay so ok ich meine ja gut doch doch ist ein bisschen stylisch hat was genau wir sind noch hier ja das ist der berserker grabstein was ist das und wo ist gehört das zu hier haben wir uns auch noch irgendwie genau hier ist das ach da das konnte seine ja okay ich gucke mal eben nach wir brauchen noch ein artefakt wissen und irgendwas unentdecktes wahrscheinlich ein riss weil es hier steht genau das habe ich schon gefunden freies wappen ich bin dran vorbeigefahren das ist aber ärgerlich also wir sind dran vorbei also wir sind rein gekutscht hat aber ich habe mich angelegt dass da drin ist noch eine anlegestelle ich lerke gar nicht mal so falsch hier geht es noch weiter tschuldigung naja hier man ist jetzt nicht so tschuldigung ja ja gerne dann finden wir ja bestimmt auch den rest ach ja wir sind hier ok cool mhm mhm du greifen wir mal rein d 순 d es Ja, okay. Ja, schon mal ein bisschen mehr, ne? Ja, ähm... Ich würde sagen... Das hat sich gelohnt. Das hat sich sowas von gelohnt. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich würde sagen, hier, ne? Da haben wir noch eine legendäre Truhe und ein bisschen Wischen. Gucken wir mal. So, wir müssten... Ach. Müssen wir an eine bestimmte Stelle drücken, damit ich gleich direkt darauf zugreifen kann, auf die Map. Müssen direkt darauf zu fahren. So. Oh! Ach, wir sind hier. Okay, dann hab ich... Ach, gib mir doch mal die Karte. Hab ich zumindest schon mal, ähm... Ah ja, stimmt, ist der Garten, ne? Da war ja was. Da war ja was. Schauen wir mal eben. Mhm. Och. Ach, komm. Och, Mensch. Was machst du denn hier schon wieder? Da wollte ich ihn. So, genau. Wir haben noch eine legendäre Truhe offen. Ähm... Was? Ich bin mit dem Boot. Okay, hier ist die Seilrutsche. Wer ist? Von der Brücke? Ah. Ja. Ja, ich verstehe. Wir müssen nochmal zurück. Das ist etwas, was ich nicht gesehen hab. Ja, wir können einmal hier so... Ups. Entschuldigung. Dann gehen wir halt nochmal hier hin. So. Ja, okay. Jetzt sieh ich's auch. Jetzt sieh ich's ein. Nein. Nein. Okay. Dann nimmst du. Wir haben das Innere des Gebäudes freigelegt. Juuu. Siehst du irgendwas wertvolles da drin? Ja. Komm, lass mal gleich hier direkt drüber es leiden. Hab ich übrigens beim letzten Mal nicht gesehen. Das wäre ich direkt hier. Ne? Genau. Ähm. Ja, ich seh die Truhe schon. Das ist sehr schön. Ähm. Wie komm ich da rein? Ähm. Ja. Das ist sehr schön. Aber wie? Oh. Achso. Ja. Danke. Bisschen Hock-Silber. Oh, komm hoch. Gut. Ach, wollte schon wieder auf die Karte. Okay. Genau, Wissen fehlt uns noch eins. Uns fehlt noch etwas Wissen. Okay. Hm. Okay, warte mal. Ach, komm. Ernsthaft? Von links! Hm. Ach, hier. Gut. Das hätte ich sehen können. Das hätte ich sehen müssen. Ich habe es sogar gesehen und habe es einfach nur vergessen. Shame on me. Genau. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Hier fehlt der Berserk, aber den machen wir später. Ähm. Genau. Das ist das. Ja, das ist als nächstes hier, ne? Freies Lager. Let's go! Da vorne war doch auch ein Boot. A boat. A boat. Warte, welche Richtung muss ich denn eigentlich? Hahaha. Aber ich muss nach rechts, ne? Habe ich auch das andere nehmen können. Ja. Oder? Ja doch, ich fahre in die richtige Richtung. Und wir düsen, 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 düsen im Sauseschritt. Nehmen die Freya mit. Auf ihrem... Oh, das war nicht so böse gemeint. Ja, okay. Wir sind auf dem richtigen Pfad. Ja doch, doch. Das wird so langsam, ne? So, jetzt mit Freya und so. Okay, ein paar Dinge können wir immer noch nicht, weil wir ja nicht das richtige Werkzeug haben. Ähm. Ja, aber ansonsten. Läuft doch schon ganz gut. So. Wir sind auf dem guten Weg dahin. Müsste ja dann da vorne sein. Ja! Wir sind da. Oder? Jo. Na, sieh mal einer an. Guckste mal. Sehr schönes Becken. Aber warte mal, das ist doch gar nicht so ein Versteck hier. Hm. Wie komme ich denn da hin? Ähm. 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 Von da, ne? Muss ich hier weiter und dann da irgendwie und dann da so lang, ne? Weil hier ist das, das, äh, das Lager, ne? Nicht da. Das ist nur... Okay. Na gut. Dann düsen wir halt noch mal ein bisschen weiter. Ich meine, es führt glaube ich auch nur dahin, ne? Ja. Okay. Ich glaub das war da, wo wir uns vorhin verfahren hatten, ne? Vorhin. Beim letzten Mal. Mal. Als ich da hinten hin wollte. Zeit ist relativ. Ist recht für mein Gehirn. Vorhin war übrigens irgendwann letzte Woche. Äh. Als ich aufgenommen hab. Aber für mein Gehirn ist es vorhin. Weil ich sofort wieder drinne bin und, ne? Das... Die ganze Woche zählt nicht. So. Genau hier wurden wir ja gecatcht. Irgendwo. Irgendwie. Oh. Na dann. Gib mir deine Truhe. Und ich sag dir, wer du bist. Ah ja. Das gehört nicht dazu. Aha. Okay. Hier ist noch ein Rabo. Weil so groß ist das Gebiet ja nicht. Guck. Oh. Ich glaub das ist dahinter, ne? Kann das sein? Irgendwie hier so. Gratus ist jetzt nicht grad ermutigt zu springen, aber... Kannst das nicht irgendwie... Aufmachen? Freya. Freya. Mach mal so. Bleh. Ja, ich glaub ich hör ihn auch schon. Da kommen wir später hin. Schade. Oder von der anderen Seite. Schade. Oder von der anderen Seite. So, aber jetzt sind wir ja Richtung Freyas Lager, ne? Ne, immer noch nicht. Okay. Okay. Also Richtung schon, aber... Ne, Richtung ist ja nicht gleich Richtung. Äh. Hm. Ach hier. Ah ja. Da sind wir doch schon. So, hier ist noch eine legendäre Truhe... Also sind noch legendäre Truhen und irgendwas Wissen und unentdeckt. Nice. Ach, schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Geht doch. Freyas Lager bitte. Danke. So, wo sind die Truhen? Ähm. Na, du bist ja süß. Hier soll irgendwo ein Feld sein, wo man rüber springen kann. Ich seh da hinten schon was. Ah, ich hab ihn gefunden. Ich dachte, er wär was. Oh nein. So, Mist. Ah. Wir können denselben Weg wie zuvor nehmen. Ah. 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 Äh. Hauptquests. Okay, hab ich noch nicht. Toll. Das ist super. Das krieg ich erst mit so einem blöden Speergedöns. Mhm. Moment. I don't know. Gut, ich glaub, wir kommen eh nochmal wieder. Ah. 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 Na, ganz toll. Ah, warte mal. Ein bisschen Dings können wir mitnehmen. Der Kopf. Erinnert mich an ein Lied aus Warnaheim, das ich einst hörte. Ah, ja. Naja. Warum nicht? Das war nicht das, was ich haben wollte. Ich war die Karte. Ja. Das ist dann wohl ein bisschen, ähm. Das hab ich denn noch nicht entdeckt. Ah, ja. Okay, gut. Das könnten wir nicht haben. Also, das können wir auch noch nicht bekommen. Ähm. Ja. Gutes Schlaflied hab ich jetzt bekommen. Irgendwo am Feuerlied auch noch was. Fertig umgesehen, Kratos? Nein. Hm. Was ist denn hier noch ein Lagerfeuer? Außer seins hier jetzt. Ist halt nichts in der Nähe. Okay. Gibt's überhaupt gar nicht. Hm. Ist aber glaub ich nicht das zentrale Lagerfeuer, ne? Wo ist denn euer zentrales Lagerfeuer? Das ist doch nicht mehr der Dings. Komisch. Hey. Hi. Schön, dass ihr Erfolg hattet, wobei auch immer du dir geholfen hast. Ich verstehe dich zwar immer noch nicht ganz oder deine Absichten... Joa, da tut niemand. Solange du ihr den Rücken frei hältst, halt dich teilen frei. Immer, Bro. Immer. Ne, Bruder? Oh, okay. Oh, okay. Hm. Ich schätze deine Offenheit. Ah, okay. Und fragt mich auch jemand, ob mir das Licht fehlt? Sicher. Wie unhöflich von mir. Nimm's mir nicht übel, meine Liebe. Du bist sonst auch nicht sehr... gesprächig. Ich werde reden. Von Geburt an lernen wir, dass das Licht alles ist. Die Ältesten sagen, dass wir deswegen kämpfen. Mhm. Aber das alles ist scheiß Dreck. Ich bin mehr als der Stock. Mehr als eine Soldatin. Lichtalben, Dunkelalben, alle Alben sind gleich. Hirnlos wie Motten, geblendet durch ihr Licht. Jetzt weiß ich es besser. Ich blickte in die Schatten. Und dort fand ich mein Volk. Meine Heimat. So. Mehr hab ich nicht zu sagen. Schön. Doch, das, 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 das war aber sehr... Das war sehr interessant. Danke, dass du mich dran teilhaben hast lassen. Ähm. Hm. Irgendwie find ich das grad nicht. Naja, haben wir das andere grad gefunden, das Gedöns halt, ne? Das können wir übrigens mal kurz weg machen. Hm. Das ist doch das zentrale Feuer, äh, Lagerfeuer, oder nicht? Hm. 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 Okay. Suchst du etwas? Wir können denselben Weg wie zuvor nehmen. Hier fehlt mir auch noch was, ne? Hm. Ja, ich suche was. Genau, hier, das haben wir gefunden. Wo ist denn hier das zentrale Lagerfeuer? Ja. Wenn man mal fragen darf. Weil du müsstest ja eigentlich hier liegen, ne? Ach. Bisschen verstecht? Das liegt ja gar nicht da. Tsk, 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 tsk. Okay. Cool. Machen wir mindestens das. Ähm. Ja. Da oben können wir halt nochmal hin. Und dann hier so, ne? Hm. Am besten so wieder lang, ne? Let's go! Äh. Ärgerlich, dass wir erst den Speer brauchen. Äh. Äh. Hier sind auch. Irgendwelche magischen Ranken. Oder ist er wieder da mit dem Speer? Hm. Gucken wir, wo wir überhaupt hinkommen. Oder müssen wir generell? Hm. Wir haben nicht die Ausrüstung dafür. Ja, ich weiß. Mir fehlt ein Speer. Okay, ähm. Da komm ich doch auch nicht da lang. Verdammt. Da komm ich momentan kaum hin, außer ich geh hier so lang, ne? Aber da bin ich dann ja auch ein bisschen. Hm. Ärgerlich. Ich kann gar nicht so viel machen, wie ich hier wollte. Oder vorgehabt hätte. Schade geplant. Kratus und nö. Jetzt bin ich grad am überlegen. Was machen wir denn jetzt? Ich bin hier unten ist ja auch noch was, ne? Okay, dann gehen wir da hin. Beziehungsweise nehmen wir dann gleich den Dings und dann... Oder warte mal. Ne, wir müssen ja die Tür nehmen. Entschuldigung. Hab hier grad nen Vogel gehört? Ah, wahrscheinlich ein normaler Vogel. Äh. Äh. Also Brock. Wenn Lunda, so wie du, zwischen den Welten herumreisen kann, kennt ihr euch doch bestimmt aus der Gilde. Vielleicht. Oder ich hab ihr nur ein bisschen was gezeigt, während wir uns volllaufen ließen. Oh ja. Oder ich hab es ihm gezeigt. Du weißt nichts über uns, Schlauberger. Na komm mal her. Uah. Was haben wir denn hier? Warum nicht, ne? Ja, wir brauchen wieder ein bisschen Dings, ne? Sag mal, die Dings haben wir ja jetzt... Ups. Musst du ja so machen. Äh... Aha. Irgendwas hatten wir doch, äh... Vollständig, warte. So. Genau, Tribute an Freya. Und die Familienbappen. Können wir verkaufen. Okay, ähm... Da. Die werden sich in meiner Sammlung sehr gut machen. Oh. Hä? Ja. Nein! Es gibt kein Schloss, das Brock nicht knacken kann. Ich öffne das Ding und lass es den Alben mit den besten Wünschen von dir zukommen. Ich wollte doch nicht... Sorry, aber, ähm... Moment. Müssen leider nochmal was nachspielen. Ich wollte nicht alles, alles verkaufen. Ich hab gedacht, oh ja, gut, dann, äh... Dann, dann, nö, ist das für, für den, für das Pack, ne? Also, für, ähm... Für den, für das Bundle quasi. Aber ich hab doch nicht gedacht, alles, alles. Weil ich ihm gedacht hab, oh ja, einzeln verkaufen ist ja doof. Oh, da steht ja alles verkaufen. Aber ich hab gedacht, halt, die sechs Stück alles und nicht... Alles, alles. Ein bisschen doof. Wollte nur die beiden Teile verkaufen. Okay, das war, wo wir durch die Tür gegangen sind, ne? Sehr schön. Ärgerlich. Ja. Ah, hier haben wir das noch, ne? Iu. Okay. Wollen wir mal die zweite Truhe? I don't know. Äh, hier. Das haben wir machen lassen. Und hier. So, dann... Den sollen wir am Anschein verkaufen. Kann dieses Schloss geöffnet werden, ohne das Buch zu beschädigen? Die Alben in Freyas Lager möchten es lesen. Es gibt kein Schloss, das Brock nicht knacken kann. Ich öffne das Ding und lass es den Alben mit den besten Wünschen von dir zukommen. Ich wollte nur, dass du nicht gehst. Aber ich war einfach so. Mütend. An diesem Tag habe ich die dümmsten Dinge meines Lebens gesagt. Du weißt, meine Auswahl ist groß. Irgendwie, hör zu. Ich will nur sagen, dass ich heute etwas abschließen konnte, das ich nie für möglich hielt. Vielleicht sind alle Wut, aller Schmerz, die wir loslassen können, ein Geschenk an uns selbst. Weißt du? Darauf trinke ich. Ja, mach das. Wir gehen aber weiter. Ach, für die sind die Dings. Hey. Ich hoffe, wir können uns... Wir gehen. Entschuldigung, wir müssen los. Äh, äh, ja, nee, wir können uns unterhalten. Entschuldigung, ich wollte nichts unterbrechen. Du wolltest reden? Mit Mimia? Hey. Rede! Bevor ich wieder gehe. Verdammt. Immer zu den ungünstigsten Momenten. So, dann machen wir mal. Hm. Na gut. Ein bisserl ungünstiger. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Dann ruder wir mal. Nehmen wir halt das mit, was wir mitnehmen können. Dabei hat das so schön angefangen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Dann ruder wir hier. Dann ruder wir. Dann riech. Dann riech. Dann riech. Dann riech, wenn solche Heejin raus. Dann riech. Zust. ja hier haben wir auch einiges noch zu holen das ist die südliche wildnis südliche wildnis so die legendäre truhe hammer okay aber die nicht geholt weil die abrechnung haben wir ja gemacht oh warte mal jetzt haben wir ja hier oh haxylber okay hm Oh, warte mal, hier ist was. Oh, warte mal, hier ist was. Wahrscheinlich ist es wieder hinter den Dings, ne? Oh, warte mal, da ist ein Vogel. Da ist der Vogel. Den habe ich wohl nicht gesehen. Du hast aber einige Vögel gejagt. Vielleicht lohnt es sich ja, zum Rabenbaum zu gehen. Vielleicht. Oh, okay. Da ist hier auch noch irgendwo, okay. Wo? Sag mir wo. Da hinten ist auch noch was. Einfach übersehen. Das jute Hacksilber. Hm. Komisch. Komisch. Wahrscheinlich ist es da wirklich hinter, ne? Ja, wahrscheinlich ist es hier irgendwo, ne? Ah, verdammt. Na ja, gut, dann machen wir halt weiter. Mit was auch immer. Vielleicht können wir irgendwann mal wieder dahin. Mit Speer oder ohne Speer oder, keine Ahnung. Irgendwie. Ach, warte mal, ich hätte ja... Erst mal gucken können, ne? Warte. So. Genau, das ist das. Niflheim. Muskeln können wir noch grad nicht. Mit Gart. Was haben wir denn? Oh, hier haben wir aber auch nur einiges, ne? Ah, wohl, wir reisen nach Midgard. Die Tür muss sich auf Arsch vorkommen. Ja, doch, hier, ne? Entschuldigung und danke. Hier wieder. Und wir können gleich speichern, also, ne? Part beenden und so. Hab ich grad gesehen. Eieiei. Eieiei. Hab ich da an der Tür vorbeigelaufen? Ne, da ist sie. Oder doch? Who knows? Aber... Wie gesagt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Äh, wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Varnam, ja. Aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Nein! Nein, 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 nein. Mein Sohn. Mein lieber, süßer Sohn. Und Mutter. Da. Sie war eine Riesen. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich... Luki? Das klären wir einander mal. Für uns dann schon. Trockin' rPastorio für uns dann. Es hat das Krzyk. Ich bin ein Erdung. Vielen Dank.